Hallo, ich bin Mervi und ich bin Finnin. Ich bin in Paraguay und es ist warm und sonnig und deswegen habe ich diesen mechanischen Schutz. Also das ist ein Handtuch, das ich gemacht habe, als ich acht Jahre alt war. Und damals konnte ich nicht denken oder glauben, dass ich eines Tages als fast 53-jährige diese Handtuch hier so benutzen würde. Aber hier bin ich in Paraguay und ich mache ein kurzes Video und ich erzähle, warum seit langem ich keine Mediafinski gemacht habe. Also ich habe gar nicht Videos gemacht, wo ich erzählt habe, was die finnische Medien heutzutage schreibt oder sagt. Und es gibt eine ganz einfache Erklärung dazu. Und das ist, finnische Medien schreibt nur von Russland und wie gefährlich Russland ist. Und was passiert in der Ukraine oder was passiert zu Wladimir Putin. Und deswegen habe ich das einfach so schwierig gefunden, etwas Spezielles und Lokales von Finnland zu finden. Und deswegen habe ich keine Mediafinski gemacht. Aber ich habe andere Ideen, die ich vielleicht in der Zukunft mache. Und das war alles heute, weil ich bin rot und so stylisch. Und muss ich sagen, dass das ist eigentlich sehr, sehr guter Schutz gegen Sonne. Und das hilft auch, dass diese, wie sagt man auf Deutsch, hat, ist so, dass die Luft geht einfach durch. Also wenn Sommer kommt, könntet ihr alle so elegant und stylisch sein wie ich jetzt. Haha. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.